Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema R, einfache Rechenfunktionen durchführen. Die Freiprogrammiersprache R kann man sich für die Lösung von Rechenaufgaben zunutze machen. R kann man also auch als Taschenrechner benutzen für die einfachsten Rechenaufgaben. Zur Erinnerung, R wird gestartet mit einem Groß-R, Enter und nun kann man loslegen. Als Beispiel hier mal, für die Addition wird ein Plus genutzt, also gibt man zum Beispiel ein 3 plus 4 und in der nächsten Zeile erscheint dann das Ergebnis, hier 7. Für die Subtraktion benutzt man ein Minuszeichen, das könnte so aussehen, 12 minus 5 gleich 7. Für die Multiplikation benutzt man ein Sternchenzeichen, 7 Sternchen 7, 7 mal 7 gleich 49. Für die Division benutzt man ein Slash, also ein Schrägstrich. Das sieht wie folgt aus, 24 durch, also Schrägstrich 3 gleich 8. Für die Exponenten benutzt man ein Hütchen oder zwei Sternchen, zum Beispiel 3, Hütchen 4 gleich 81 oder 3 Sternchen, Sternchen 4 gleich 81. Für Module benutzt man zwei Zeichen auch wieder und zwar zwei Prozentzeichen hintereinander. Das könnte wie folgt aussehen, 15 Prozentzeichen, Prozentzeichen 4 gleich 3. Und am Ende noch die Wurzelfunktion, die sieht so aus, SQRT und dann in Klammern die Zahl, aus der man die Wurzel zieht, zum Beispiel 64. 64 und in der nächsten Zeile erscheint dann das Ergebnis 8. Das war User Power von OpenScreenCars. Ciao und viel Glück.